In meinem Leben habe ich mehrere künstlerische Ausdruckformen. Zum Beispiel in der Kirche Malerei Byzantinische, Musik mit verschillenden Bändern, Spielen, Bildhaberei, Fotografie. Ich bin geboren in einem Darkroom. Mein Vater war einer der größten Fotografen in Griechenland. Und weiter habe ich mich entwickelt mit verschiedenen anderen Materialien. Ich arbeite mit Holz, Eisen. Und jetzt die letzten 15 Jahre, ich benutze jedes Material. Silber, Gold, Messing, Opfer, Eisen und andere. Und ich versuche mich auszudrücken, weil für mich ist die Natur und die Harmonie, die Natur und die Zwingung spielt die größte Rolle. Und ich versuche das Rohmaterial zu nehmen und verwende meine Idee in etwas Besonderes. Das ist ja unbedingt dein Name. Ich werde dir das vor, ich werde das ganz Besonderes aufgelaufen. Dasselungsschweiß wird. Ich werde es nicht dabei. Ich werde es nicht dabei. Ich werde es nicht dabei.